Ich bin Philipp Pohl und Adore hier, das sind unsere Osen. Wie Hantelstämmen, weil ich würde mal schätzen, ich habe hier 5 Kilo auf der Fork. Ja, morgens überall, Boxen messen, das ist wie Buddybild. Der ganze Bio-Rhythmus kommt in die Gänge. Das Frühstück schmeckt, das ist voll in Ordnung. Oh, jetzt wird das hier ernst, jetzt muss ich mir den Ochsen angucken. Angst habe ich keine. Töne mal nicht rum. Ich habe gesehen, wie es ihm hier hinten den Rücken runterlief. Ich habe ein bisschen Mücke da rum, ne? Ja, habt ihr das gesehen? Ich gehe nicht näher ran, ich bin auf 20, ich bin auf 20 Zentimeter. Er hat mich angeguckt. Andere haben da Angst vor, aber da machen wir nix aufs, da machen wir nix aufs. Hint rein mit euch. Hat er gut gemacht, oder? Ja, ja. Da kann man, na ja. Der Sicherheitsabstand war ja immer da. Ich habe nur nicht von hinten geguckt, ob die Hose schon voll gewesen wäre. Aber... Das... ARD Text im Auftrag von Funk